Wenn du Probleme mit Ischias-Schmerzen hast, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn meistens wird bei Ischias-Beschwerden hauptsächlich manualtherapeutisch oder durch Übungen an diesem Problem gearbeitet. In diesem Video gibt es aber auch nochmal einen ganz wichtigen Nährstoff- und Ernährungstipp, der dir helfen kann, diese Nervenschmerzen loszuwerden. Mein Name ist Tobias von Knobo Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit und ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema rein und zwar geht es um die sogenannten Omega-Fettsäuren. Da gibt es bekanntermaßen die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren. Diese sind jetzt nicht partout gut oder schlecht, sondern das Verhältnis ist interessant, die sogenannte Ratio. Und das Problem in der heutigen Zeit ist einfach, dass durch die Ernährung in der Gesellschaft die meisten Menschen eigentlich ein Plus, ein zu viel an Omega-6-Fettsäuren haben und einfach zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren haben eher die Wirkung, im Körper Entzündungen zu fördern, hervorzurufen und im Gegensatz dazu haben Omega-3-Fettsäuren eher die Wirkung, entzündungshemmend zu sein. Das heißt, es geht jetzt auch nicht nur um Nervenentzündungen, Ischias-Schmerzen, sondern allgemein. Wenn du viel Probleme mit Entzündungen im Körper hast, dann macht es vielleicht mal Sinn, die Omega-6-Fettsäuren zu reduzieren und die Omega-3-Fettsäuren zu erhöhen. Omega-3-Fettsäuren kannst du zum Beispiel gut in den Körper bekommen, wenn du Kokosöl benutzt oder auch Olivenöl, Butter und natürlich enthalten auch viel Fisch und Meeresfrüchte, auch Omega-3-Fettsäuren, gewisse Nusssorten enthalten, vermehrt Omega-3-Fettsäuren. Also da solltest du auf jeden Fall mal deine Ernährung überprüfen. Ansonsten kannst du Omega-3-Fettsäuren auch über Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen. Da packen wir dir einmal unsere Empfehlung unten in die Videobeschreibung. Und was jetzt einfach interessant ist, dass Omega-3-Fettsäuren halt auch die Leitgeschwindigkeit der Nerven ein wenig erhöhen und auch die Durchblutung des Nervs. Ebenfalls sehr empfehlenswert sind zum Beispiel Nachtkerzenöl oder auch Borretschöl. Auch da packen wir dir einmal Links in die Videobeschreibung. Also probiere einfach mal diesen Tipp aus, falls du einfach bei deinen Ischess-Beschwerden nicht weiterkommst. So, ich hoffe, dieser Tipp war wertvoll für dich. Das Video hat dir gefallen. Falls dem so ist, freuen wir uns riesig, wenn du unsere Arbeit unterstützt. Das kannst du tun, indem du den YouTube-Algorithmus fütterst mit einem Like und einem Abo. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.